wieder unten rein der deck nichts getroffen hier ja ich sehe ihn das richtig gut getarnt eigentlich sollte eigentlich nicht treffen oder ich würde sagen so dass wir ein bisschen weit gewesen dann in die net getroffen hätte sei jetzt die frage wie weit der flankiert oder ob der einfach geradeaus weiter läuft man drin ist dann da drüben läuft er gut ja gut der läuft er läuft einen richtigen umweg der typ den helm wollte ich noch mitnehmen oh 30 sekunden noch oh spielt einer mit der barrel der typ müsste hier noch sein ich werde wahrscheinlich gleich in den rein rennen jo janniken haut hier auch 100 bitcoins raus dankeschön janniken hey hey da vorne läuft er ich habe ihn gerade gesehen danke danke man warte 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 ah nein das hätte der kill sein können schade mal gucken ob er challenged wenn ich offen rumlaufe müsste er jetzt gleich machen eigentlich ne macht er nicht ok jo chulo lässt hier einen frischen sub da chulo dankeschön und willkommen bei uns chulo vielen vielen dank schade der ist hinter dem baum da ne oder hinter dem stein ja wie hart ich den typen glaube ich gerade abfacke das macht dem glaube ich nicht so unbedingt spaß ich werde mal gucken ob ich noch ein bisschen mehr machen kann hier mit ihm hm könnte sein dass er schon drin ist ich weiß es aber gerade nicht ich werde mal ein bisschen weiter nach oben oben gehen ok das war er mit dem weißen zeug oder mit der weißen kleidung ne ne an der zone ist er nicht gestorben kann ich mir nicht vorstellen der typ ist stark durchgerannt oh shit oh shit nate kommt bestimmt gleich raus na nicht klemmen nicht klemmen nate predicted Leute net predicted net predicted net predicted net predicted Der ist noch hinten weg glaube ich. Da oben ist er. Ich habe hier einen schönen Hügel. Ja gut, jetzt versaut er mir natürlich meinen Hügel hier, wenn er in diese Hütte geht. Okay. Ich sehe ihn leider echt nicht. Links kommt er. Scheiße. Prioritäten setzen. Der wollte auch eine Nate werfen. Okay habe ich ihn noch rechtzeitig gekillt. Okay. 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 Mama Mia! Wieso wollte er denn jetzt hier raus? Ach ja, weil hier die Zone ist, sauber. Das ist doch mal nett, dass mir die Zone geschenkt wird. Das ist doch mal nett, dass ich die Zone geschenkt habe. Ich bin der Zettel. 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 Knapp, aber noch geholt hier das Ding. Noch ein Win mit 13 Kills. Zauber! Uh! I've reached the top and had to stop and that's what's been bothering me. moniker. ículos. Beg We're out. Beg We're out. Beg We're out. 57杯كم. Keinem. Based ocurfähig. Kol kommer here. Bes Seine Sutton. BesaitOP. Untertitelung des ZDF, 2020